Servus, Leute! Herzlich Willkommen zum Sinoblake Chronicles 3. Hier wer geht, wenn ihr euch gefällt. Lasst einen Daumen drauf und Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und wir haben jetzt eine Nebenstory für Nummer offen. Äh, wo muss man da hin eigentlich? Ixia Brücke 4. Das ist wo? Schwebende Rüffe Syrah, okay. Alles klar. Ähm, das war... Hier. Oh, da ist ein Fragezeichen, ein neues. Ähm... Warte mal, warum ist die Kolonie nicht mehr auf der Karte? Warum ist die Kolonie nicht mehr auf der Karte? Ist das ein Bug? Weil eigentlich müsste die Kolonie auf der Karte sein, wir waren ja da. in Koloniehilf. Hä? Das ist doch ein Quatsch. Da kann man doch wohl Ashiras nächste Quest machen, dass sie dann voll ständig levelbar ist, was gut wäre für Juni tatsächlich. Aber ich glaube, so weit kommen wir eh nicht mehr. Ist ja schon das letzte Kapitel. Wir könnten hier noch so viele Folgen draus quetschen und was drauf anlegen würden. Aber das macht keinen Sinn, dass die Kolonie nicht mehr aufgedeckt ist. Und auch, dass das Tor nicht offen ist, weil das war offen. Ich habe es aufgemacht. Boah, ist das ein Quatsch. Also hier ist irgendwas gerade nicht richtig. Aber okay. Sei es drum. Hier sind ja irgendwie was andere hier. Wir können mal die ganzen Leichen hier wegräumen, ne? Oder hat das... Warte. Oder hat das mit dem hier zu tun? Könnte auch sein. Ja, okay. Okay, das ist erklärt. Können wir auf dem Brot? Ja. Keine Chance von der Front. Nicht so wie das. Wir können über die Isländer gehen. Damit sollten wir, dass wir nach hinten schlafen müssen. Dann ist es in und aus, wie schnell wir können. Ja. Wir gehen in, wir holen die Schad, und wir hightailen es da. Genau. Ich kann nicht mehr sehen. Los geht's. Los geht's. Wir gehen weg. Kriss... Du bist eine Woche auspolBene von deinem stool deeply較lehr froh. Warum? Noah? Du okay? Oh, ja. Sorry about that. Hm? Strange. Now of all times. Können wir darüber reden? Das ist ein bisschen seltsam. Ich finde, dass Kolonie 11 jetzt auf einmal so ein neuer Ort sein soll. Das macht nicht wirklich viel Sinn, oder? Das ist gerade sehr merkwürdig. Kolonie 11 haben wir ja befreit. Wir kennen Kolonie 11. Wir waren da. Also was? Was ist da jetzt anders? Die KP ist gerade nicht ganz, aber... Gut. Ich weiß nicht. Aber wir müssen mit extremen Kurschen gehen. Gar in den Abwehrbasis. Es ist doch aber Kolonie 11. Spinner und es ist bekloppt. Doch es ist die Kolonie 11, ja klar. Ja, einfach das Gebiet jetzt genommen und deklarieren sind als etwas anderes für diese Nebenstorys. Das bin ich ein bisschen... Weisig nicht davon halten soll. Oder hat das Spiel jetzt einfach die Kolonie 11 ausgetauscht gegen was anderes als Dive ist? Ganz schlau draus werden. Tue ich noch nicht, wie ihr merkt. So ein bisschen... Hä? Dafür drehe ich gerade die Seiten... Oh, die Karte. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht... Nee, das ist das. Da ist einfach jetzt was anderes noch zu... Hä? I don't raff das nicht. Hier ist Kolonie 11. Dann waren wir hier wirklich noch nie. Okay. Dann waren wir hier noch nie drin. Wir haben den Boss gemacht. Und wir haben hier ein Tor geöffnet. Das hier weiter rein führt. Aber wir haben das Tor nicht geöffnet. Okay. Gut, da liegt alles zurück. Dann... Ja, okay. Dann macht das in der Tat Sinn. Das ist aber... Das ist aber auch sehr interessant. Wollen wir dann das durch oder aufmachen? Mein... Das wird Sache einfacher machen, nicht? Ich... Hier schon mal nett. Schade. Äh... Hilfe! Hilfe! Nio! Da lang! Back, die sieht ja solche Leiter durch. Wir müssen auch was mal schaffen. Lass uns nur einen Weg nehmen. Das ist etwas decentes, oder? Hm. Kein Schalter, um das Tor zu öffnen. Das Dürche geht nicht auf. Dann können wir nur überreden, dass in der komischen Gardisten-Basis hier keiner ist. Wir müssen auch von vorne rein laufen gehen. Wir müssen auch von vorne rein laufen gehen. Was passiert? Was passiert? Ist das, weil wir die Annihilator-Basis haben? Nein. Ich sehr wundere mich. Wir haben keine direkte Schmerzen zu dem Castle. Vielleicht ist es wegen der Machinie-Queenie? Ich verstehe. Ich verstehe. Wir haben jetzt nicht den Soldaten hier. Oder haben wir hier keine Ahnung? Und noch niemand ist hier. Huh? Der Schader ist die Position ändert. Hey, Noah! Schau mal auf das. Noah? Es ist eine Sons. Was ist eine Sons? Du bist richtig. Es ist eine Kvessie. Die Melodie. Ja. Und es ist nicht nur eine Melodie. Ich weiß, wer spielt. Chris. Wait, Chris? War das nicht der Typ, der war Noah's Offseeing-Instruktor? Ja. Ja. Huh? Aber Chris ist... Ja. Er hat vier Jahre alt. Das bedeutet, dass er zurückgezogen ist? Wie Ethel? Nein. Ich glaube nicht, das ist es. Was dann? Wie Mobius? Genau. Da sind zwei Typen Mobius. Der Typ wie Zed und X, der war Mobius aus dem Beginn. Und Menschen, der sich Mobius als N, M und Jorun. Ja. Ja. In wir gehen. Was? In die Jorun? Sie sind sicherlich bewusst, dass wir kommen. Aber es gibt niemanden. Er wartet. Für mich. Für mich. Ja. Ähm. Ja. 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 Da ist ein Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen. Hier drin. Schicksalskreuzung. Erwartet sich statt vom Anfang, wo Noah und Co gelebt haben? Ich würde dieses Fragezeichen schon ganz gerne mitnehmen, aber... Sie sind jetzt hier dabei. Ja. Wir legen jetzt die Karte weiter auf und die Richtung von, ähm... Westroas. Nicht auf. Ey! Hä? Jetzt bin ich völlig verwirrt, wo ich hier eigentlich bin. Westroer Straße. X-Jahr Brücke 2. Wir haben doch... Hä? Ähm... Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Kopf tut weh. Aua. Was soll denn das? Ich hab noch das Tor aufgemacht bei der Kolonie 11. Wieso ist das jetzt zu... Ey! Mach die Tür auf! Mach's die Tür auf! Der ist doch... Mein Kopf. Ja. Was ist denn da so ein Leiter? Was ist eine Leiter nach unten? Uuuuuh! Tschüss, Dayon! Oh, er hat immer lebt. Ich dachte, er fällt dann runter. Ich dachte, er fällt dann runter. Können wir das hier hin? Hm? 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 Hm. hin. Gut. Ich hab jetzt keinen Bock zu laufen, beam ich uns zurück. Ah, da ist auch ein anderer Weg hin. Verstehe. Verstehe. Da vorne geht's auch nochmal rein. Das ist alles für für einen Container? Ernsthaft? Der war auch zu. Scheiße. Auch müssen hier alles suchen, hier gibt's eine Ruhe, die wir kaputt machen können. Gibt's in einem, ich gibt's aber... Okay, warte, wisst ihr was? Ich muss das Fragezeichen mal kurz ansteuern, weil ich will wissen... Und das ist das vom Schloss? Ich will jetzt wissen, was das ist, das Fragezeichen. Ich bin hier irgendwo noch ne... Kathedrale. Ist da drin, aber da kommen wir nicht rein. Woher kommen wir denn da rein? Oder geht das erst später? Wir kommen da nicht rein. Dann gehen wir eben einfach weiter. Oh, das ist der Fronteingang zum Schloss, ne? Wir sind ja nebendran vorbeigeschlichen, so ein bisschen. Oh. So kehren wir nach Schloss Kevis zurück. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Schloss Haupttor. Plus ein SP. Ja, das muss ich offscreen auch noch machen, ich weiß. Unser Uruboros weiterleveln. Gut zu sehen, Noah. Ich wusste es. Chris. Danke, Herr. Ich bin so froh, dass du noch ein Offseer bist. Chris! Ist das gut, in eine offene Falle zu rennen? Wir müssen auf die Thronenruhe gehen. Chris ist wartet. Die Atmosphäre hier sehen, ist übrigens super. Dieser riecht ja schon Finale. Aber es ist nicht das Finale. Halle des Aufstiegs. Wir reden schon sehr in die Stadt aus Chronicles 1. Ich bin so froh, Chris. Ich bin so froh, Chris. Auf der Tag der Nachbarnung. Ich erinnere mich. Ein kurzer Zeit später, ich bin ein Offseer. Und dann, wir uns wiedersehen. Der Name ist Noah, richtig? Ich bin Chris. Ich bin heute Morgen. Ich bin dein persönlicher Tutor, okay? Wir beginnen. Ich bin Chris. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Toller Korridor der Gnade, sieht echt nicht gerade sehr einladend aus Und der nächste Aufzug Das ist eine Falle und wir rennen mitten rein Das Fenster ist repariert Oh, ich war schnell So, Chris Stell dich hier uns endlich Chris I will see to it that justice is served What a terrible din Only an imitation It's empty words could never ring true So, ich würde das so ein Kampf sein, wo wir augenscheinlich gewinnen können Aber dann im Endeffekt Der Kampf einfach irgendwann auf Und geht mit Katzen Und geht mit Attiz So, ich würde das so ein kleines So, ich würde das so ein kleines Ich würde das so wie kann, wenn ich meine Wir machen das mal anders diesmal. By the way, Kamerabelang. Äh, erhöht während der Angriffe die Crit-Rate um 27%. Ich bin mit dir. Dann brauche ich noch Flächenheilung. Ah, knapp dein Leben ist auch vorbei. Schade. Oh, okay. Na, schauen wir mal, ob das hilft. Ja, shit, das ist ein bisschen zu viel. Kack, Räder, du. Schade. Ich hab's anders geplant, ja, auf dem Kopf, sondern weil er nicht funktioniert. Okay, dann machen wir jetzt hier. Und spielen ist jetzt richtig clever. Ich mach doch sowas nicht. Nein, ich mach doch nicht so viele Punkte. Uh, das ist knapp. Jetzt. So. Bom. Sehr gut. Leider kein Exzellent, aber gut. Ich hab' eine Idee. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Ja, nicht tot. Oh Gott, schon tot. Alter, du arme Sau. Und Dexter hat mich auch noch reingedrückt. Warum, Chris? Warum bin ich Mobius? Sag mir, was würde dich mit ihnen besorgen? So, dass ich dich wieder sehen könnte, Noah. Aber warum? Deine Mission verabschieden ist, um diese Welt zu verändern, nicht wahr? Ja. Und das ist, weil du nicht glücklich mit dem Weg ist? Es ist falsch, und wir müssen es korrekt. Das ist alles. Ich verstehe. So, ein Relentless Desire ist das, was dich macht. Desire? Du schlägst für Besserung, für immer größere Asperationen. Und was ist das? Was ist falsch mit dem Weg? Nichts überhaupt. Es ist die Natur, nachher. Aber du wirst noch nicht verstehen. Es gibt etwas, was du lernen kannst. Was ist das? 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 Nichts, was du sehen? Sie können noch nicht auf den Fabled-Horizon finden, die Sie suchen. Ihre Worte müssen sich durch die Strecke mit einer Strecke, die Logik gewinnen. Aber die Worte, was können sie überhaupt wissen, wie ein Worm fühlt? Dann, was würden Sie von der Wege werden? Sie würden sie abhörten? Sie würden sie alles aufhören? Und ihre Geschichte dort? Mobius machen das! Noah, was du versuchen hier zu erreichen, ist das gleiche Sache. Du denkst wirklich, dass Origen der Freude der Welt wiederholen und lösen unsere Probleme? Du musst sicher von der Queen Agnes hören, die Wahrheit dieser Welt. So, was denn? Du denkst, die Queen ist lying? Nein, sicher nicht. Dann was? Aber es gibt keine Warnung. Wenn... wenn die Queen falsch ist und die Welt nicht neu ist, was passiert dann? Huh? Was? Was? Was, wenn das ein Geheimnis ist? Was, wenn du in, staketst deine Leben auf eine Wim? Wer ist dankbar? Ich frage dir das. Um... Well, ich... Ich denke... Es ist immer die richtige Sache zu tun. Oh? Es war dein Schreie, Chris. Ich verstehe jetzt. Ich weiß, warum du dann schreitst. Ich bin gut hier. Ich verstehe, was du jetzt sagst. Du fragst mich einmal, ob ich mich weitergehen würde. Und meine Antwort... Sag mir, Noah. Ich werde. Bis zum Ende. 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 Es ist genug, um eine Person zu verabschieden. Sie kämpfen, kämpfen, durch ihre Weg durch eine endelte Fog. Eine Welt ohne Wahl? Das ist falsch. Wenn die Todes ein Lieb in diesem Welt, er hat es zu Ende. Also würde man lieber mit dem Welt sterben. Ich möchte... Ich möchte diese Welt frei von Mobius entfernen. Whatever the consequences. Ja. Otherwise... The Queen would never have told us the things she did. We take everything as it comes. And we're afforded so little. Still, no matter how slim a chance we might have, it's a chance. So if that's an option we can take, then I'll take it. Noah. Your Melody. I hear it loud and clear. Now show it to me. Your conviction. And your smile. Oh, let's see. Wollen wir jetzt hier bei Yu- WrestleMania Monsters oder was? Yeah. Der wird 1,70. Erinnert ihr euch noch Yu-Gi-Oh, Capture Monsters? Diese Special Staffel, äh, der Endpost so ähnlich. Das war eine richtig coole Staffel eigentlich. Auf Netflix ist ja irgendwie rum ein bisschen verstimmelt inzwischen, weil ja Staffeln fehlen. Wir haben ja noch vier Staffeln, aber die lower Staffel fehlt, glaub ich. Was eben so Zwischendingen war während Battle City. Und, ich glaub die Cache und Monsters Arc fehlt auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich versteh nicht warum. Die Verlänger hat doch da eine Lizenz erfüllt, denn warum ausfällt denn bei den beiden Staffeln? Äh, die sind die getötet. Let's go! Sie sind die Angriffskette plattdrücken. Das ist mal ein bisschen übertrieben, oder? Weißt du was? Wir machen nochmal ganz mit so einem Kombo und dann synchronisieren wir uns mal schnell. Doch jetzt, Fusion! Okay. Let's go! Angriffskette! Oh, wir sind... Wieder anders handeln sollen, ich war gerade ein bisschen unüberlegt. Shit! Da rennt ihr auf dem Garagendach rum. Warum? Lass das! Jawohl, 150, sehr gut, immerhin geholt. Aber stimmt, weil wir direkt im Ouroboros waren, dass wir die Angriffskette gestartet haben. Ja, das kann sein. Ich hab nämlich vorher noch... Ja, das war doof. Oder? Dürfen wir weitermachen? Ja, gut. Na dann... Hab ich nichts gesagt. Ähm... Ich glaub, wir werden nicht auf ein Exzellent kommen. Egal, was wir machen. Egal, wie es gedreht hätte ich es nicht geschafft, glaub ich. Ne. Schade. Oh, Siegern, der hat schon kräftig überzogen. Haben wir erst das Schloss dann endlich befreit, ja? Es ist ein schönes Lied, Noah. Noah. Der, der mich machte Mobius, war Zed. Und es war nicht nur ich. J2, und N, und M. All of us were human once. Und Zed changed our very being. Warum? Warum würde er das tun? Für das, du wärst besser auf asking Zed himself. Aber hör, Noah. Ich denke, in der Ende, ich bin froh, zu haben, Mobius zu sein. Wie kann ich nicht sein? After hearing such a wonderful song. Chris. Mobius are an entity bound by the confines of this world. Strong, yet somehow fragile. And in their fragility, they crave only the now. Fearing to tread even a single step towards the future. I chose the path of the offseer because I had a thought. The sender and the ones being sent. I wanted to learn exactly what it was that connected them. Though we may be forgotten, our feelings live on. It is through our melodies that we carry them on. I think I once told you something to that effect. Yeah. There's a place doing just that. The city. The city is? The many lives born of the city. Lives whose existence was never recorded in Origin. They are our future. They themselves are proof of the coming winds of change. I think I see. They are our hope. Just as you once were. They too are the product of Uroboros' will. And that is something that can never die. Chris. You knew everything all along. Noah. One last thing. Hello. What's up? What's up? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 For all to hear For all to hear For all to hear For all to hear Finding value What now? Chris When he played his offseer song He conveyed his wish to me His wish That I would come to find value In all things He entrusted it all to you, Noah Ergo The rest is history Yeah But it's so Sad, isn't it? I'm going For sure His wishes won't be in vain as we march on origin I'm going to be in vain Okay Do you truly want it That's Oh ye voices Then let me enunciate Emphatically so The rules to which this world Is it? For the benefit of us all Erweitered Schwertkämpfer Gut Das heißt, jetzt können wir auch das Fragezeichen dann holen Ja, jetzt können wir ja theoretisch rein Oh shit Will ich das machen oder nicht? Nein, es lächelt mich an Was steppen denn Mopon? Wir holen uns auf jeden Fall was zu essen gerade nochmal schnell Was gibt's denn hier? Der Hüte EP 40% Ich muss glaube ich nochmal in den Magdawald zurück Wir werden hier speichern, Leute Ich, äh, also Essen geht jetzt aber trotzdem schon mal Das Rezept Ja, her damit 40% Junge, Junge, Junge Wenn wir jetzt in den Magdawald gehen Und gegen die Drachen Wow Ich, ähm Ja Ich werde, glaube ich, noch ein bisschen farm gehen Und, ähm Dieses Fragezeichen hier Das mache ich privat tatsächlich Das mache ich nicht mit euch zusammen Wir werden nächstes Mal dann die Hauptquest weiter machen Und dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr auf Folge Level 71 sein Sondern auf Level Vermutlich 80 Wenn ich Bock hab Ansonsten mal gucken Und dann werden wir die Bonus EP noch ausgeben Und ich werde zwischendrin auch Dings leveln Die Uroboros Und noch ein bisschen an den Steinen rumschrauben Dass die alle besser werden Und dann gehen wir Richtung Finale Jo In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei seid Wenn wir uns einschalten Macht's nicht gut Macht's besser Die Folge ist sehr dank geworden Euer Schraubse Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao